Guten Tag, herzlich willkommen zur Mittagstipp. Eigentlich sollte der Korruptionsuntersuchungsausschuss heute wie geplant seine Arbeit fortsetzen und verdächtige Geldflüsse untersuchen. Doch plötzlich ist ein Mitglied des Ausschusses selbst im Visier der Ermittler. Der Fraktionsführer der ÖVP, Werner Amon, wird als Beschuldigter in der Causa Telekom geführt. Die Staatsanwaltschaft verlangt nun sogar seine Auslieferung. Es geht um Scheinrechnungen für Inserate in einer Zeitung des ÖAAB. Eigentlich sollten die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses ja Werner Sund, den früheren Telekom-Chef, zu Aktenmanipulationen befragen. Doch der war heute Nebensache. Für den Knalleffekt sorgten die Grünen mit dem Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung durch die ÖVP und ihren Fraktionsführer im U-Ausschuss. Es gibt eine klare Aussage in einer Beschuldigten-Einvernahme eines Mitarbeiters vom Abgeordneten Amon im ÖAAB und in diesem Wiener Pressverein, dass man sich systematisch Geld vom Unternehmen geholt hat und sich fast ausschließlich aus diesen Geldern finanziert hat. Das BZÖ fordert deshalb, dass der Herr Amon sofort die Konsequenzen zieht und seinen Vorsitz für die ÖVP im Untersuchungsausschuss zurücklegt und den Untersuchungsausschuss sofort verlässt. Eine Forderung, die den ÖVP-Klubobmann empört. Werner Amon hat mein vollstes Vertrauen. Die Staatsanwaltschaft hat das mit dieser Vorgangsweise bei mir nicht. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich denke nicht daran, an der Fraktionsführerschaft des Werner Amon auch nur eine Sekunde zu zweifeln. Kopf macht sich deshalb große Sorgen um den Rechtsstaat. Und wir gehen jetzt live ins Parlament zu meinem Kollegen Andreas Boos. Er steht direkt vor dem Ausschuss lokal. Was sagt denn eigentlich Werner Amon heute Vormittag dazu? Er hat sich inzwischen selbst gerechtfertigt, sagt er hat keine Ahnung von Scheinrechnungen. Es ist um einen Druckkostenbeitrag gegangen und das heißt nicht automatisch, dass es ein Inserat geben muss. Es könnte sich auch um einen redaktionellen Beitrag handeln, daher kein Inserat als Gegenleistung nachweisbar. Ansonsten sagt er, er will auf jeden Fall im Untersuchungsausschuss bleiben. Er wird dem Druck der Staatsanwaltschaft nicht weichen. Er fühlt sich auf jeden Fall unschuldig. Die ÖVP vermittelt ein bisschen den Eindruck, dass Werner Amon da jetzt von der Staatsanwaltschaft verfolgt wird, weil er sich kritisch zur Staatsanwaltschaft geäußert hat, wegen der Campus-Ermittlungen. Für einen zweiten Abgeordneten wird es inzwischen auch eng. Die Staatsanwaltschaft hat auch die Auslieferung vom SPÖ-Abgeordneten Kurt Gardliner angefordert. Der soll von der Telekom 100.000 Euro bekommen haben. Völlig untergegangen ist heute Vormittag ja dann das, was eigentlich am Plan stand, nämlich die Einvernahme des ehemaligen Telekom-Chefs Sund. Gab es da eigentlich irgendwelche neuen Informationen? Heinz Sund wurde heute drei Stunden lang befragt. Zur Wahrheitsfindung hat er wenig beigetragen. Bei den spannenden Fragen nach möglichen Kursmanipulationen hat er sich der Aussage entschlagen. Was man seit heute weiß ist, Sund hat selbst etwa 200.000 Euro erhalten durch diese Kursmanipulation, die angebliche, aber sonst hat er heute sich in den konkreten Punkten immer der Aussage entschlagen. Da gab es heute nicht sehr viel Neues. Und der Ausschuss hat auch bis heute nicht die Liste derjenigen Telekom-Manager von damals. Das sind ja bis zu 100 Personen, die von diesem Kurssprung profitiert haben. Andreas Bohsch, herzlichen Dank für diesen Live-Bericht aus dem Parlament. Das ist eine Schweinerei.